Hallo liebe Leute, Dr. Dexter hier. Jo, es ist Zeit. Ich hatte mega das Pech. Ich habe sechsmal in Folge Shaper getötet und immer wieder das gleiche Fragment bekommen. Das ist, naja, was? 1,5% Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und jetzt beim siebten Shaper haben wir jetzt endlich das Fragment bekommen, was wir brauchen. Sprich, wir sind jetzt über Elder Ready. Mein Bild ist ein bisschen besser geworden. Ich habe jetzt eine gute Waffe. Also ich habe jetzt einen Opelis Zepter gehabt. Das heißt, ich konnte hier aus dem oberen Bereich komplett rausskillen und hier rein skillen in Holy Fire. Jo, mehr haben wir aber auch nicht gemacht. Das war das Einzige, was wir geändert haben. Das hat uns jetzt ein bisschen mehr Schaden gebracht. Das ist gut. Okay. Schauen wir mal. Bin gespannt. Ich weiß es nicht. Mein Schaden ist, wie gesagt, ungefähr eine Million. Ist auf der unteren Ecke auf jeden Fall. Nicht sehr viel. Hoffentlich reicht es. Ich habe den Fight nur drei, viermal, ne, viermal, glaube ich, in meinem Leben gemacht. Deswegen, ich bin schlechter bei dem Fight. Ich muss darauf achten, nicht, dass Monster irgendwo spawnen. Die Generation ist halt das Bescheidste, was es gibt. Ja, diese Dinge. Ja, diese Dinge. Ja, diese Dinge. Okay. Okay. Diese Phase down. Okay, da habe ich ihn berührt. Fuck. Wir müssen Schäpe im Auge behalten. Das ist, wie gesagt, der Einzige, der uns töten kann. Oh, fuck. Den da hinten habe ich nicht gesehen. Wir müssen Schäpe im Auge behalten. Ich glaube, ich muss eine zweite Position aufmachen. Oh, fuck. Die Degeneration zu stark. Kann ich gegenheilen? Wow. Drei Bälle getroffen worden. Drei Bälle ist zu viel. Das hat weh getan. Ich brauche doch wahrscheinlich mehr... Also stehen bleiben bringt mir nichts. Ich würde sagen, das hier. Damit die Live-Flash häufiger da ist, ne. Holy shit, das war knapp als gedacht. Hat aber auch Selbstschuld für Dings nicht gesetzt. Gaze into the Abyss. Oh. Oh, fuck. Den habe ich hier auch nicht gesehen. Fack, der ist ja immer noch da. Hier unten. Schäpe wieder. Die Flaschen sehen auch noch gut aus. Gutes Management der Bälle bisher. Ja. Ja. Flaschen wurden gezogen. Konnte ich nichts machen. Das war schlecht das Timing vom Schäpe. Oh, der lebt immer noch. Wieso hat das nicht hochgeheilt? Okay, ich habe Flaschen wieder. Okay, Schäpe. Okay. Flaschen musste gezogen werden. Fuck. Scheiß Elderslow. Schäpe wieder. Okay. My mana is gone. Nice. Nice. Das war gar nicht so schwer eigentlich. Ganz ehrlich, das war gar nicht so schwer. Der Charakter ist super gut, Tanki. Yes. Hat sich gelohnt, um zu scaleen dafür. Okay. Mein allererstes. Precision Zealatory, you gain Onslaught, when you kill affected by Haste. Fuck. So brauche ich alle nicht. Expeed. Scheiße. Ist für mich zumindest nicht gut genug. Also schlecht für mich. Schade. So. GG. Geschafft. Fehlt nur noch Überad-Serie und Cortex. Für Viert. Beschäftigt. Rinne. Are. O���. Garanteller. He.